Hi Leute, willkommen zurück! Heute fahre ich in den Urlaub, genau. Und im Hintergrund spiele ich StumbleGuys. Und ich wollte nur mal kurz sagen, dass ich in den Urlaub fahre und da auch ein paar Videos kommen werden. Genau, ich. Und ich habe auch ein paar Sachen natürlich mitgenommen, dass es mir nicht langweilig wird. Und ja, ich werde auch bald ein Let's Play StumbleGuys starten. Das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Aber bald auf jeden Fall, ne. Und ja, ich habe mir dann erstmal natürlich das Handy mitgenommen, ne. Weil sonst kann ich ja nichts hochladen auf YouTube. Und das wäre ja blöd, wenn ich nichts hochladen könnte, ne. Deswegen habe ich mein Handy mitgenommen. Also, ich würde das natürlich nicht vergessen, ne. Zu Hause. Dann habe ich halt so Ausmalsachen von Pokémon mitgenommen. Und was habe ich noch mitgenommen? Halt Klamotten natürlich, ne. Also, ich komme gerade nicht weiter. Äh, ich verliere eh. Und ja, genau. Ja, okay. Mehr habe ich eigentlich nicht mitgenommen. Und ja, genau. In diesem Video seht ihr, wie ich da, ähm... In diesem Video seht ihr auch, ähm, ein paar Clips, äh, Clips, Clips, kleiner, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar Videos, wie wir da hinfahren so ein bisschen. Und auf dem Wasser auch ein bisschen. Genau, Leute. Dann viel Spaß mit diesem Video. Also, ich bin jetzt noch ein paar Videos, äh, ich bin jetzt noch ein paar Videos, äh, ich bin jetzt noch ein paar Videos. Ich bin jetzt noch ein paar Videos, äh, ich bin jetzt noch ein paar Videos. Ich bin jetzt noch ein paar Videos. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ähm, ja, genau. Das ist Folge 1 von Hagebau. Pokémon ist auf Tour. Genau, und lasst gerne ein Like und ein Abo da, ne, wenn ihr nichts verpassen wollt. Genau. Ich bin jetzt in Urlaub angekommen. Und, ja, dann, ciao, Kakao.